Weltall-Simulator, absolviere den Alienraumflug-Test. F-Schießen, R-Raketen, Z-Nach links neigen. Weltraumsteine! Vorsicht! Ed, beruhige dich! Z-Nach links im Renat. Gut gemacht! Hit! Schilder hochgefahren! Oh, die Minen! Die Minen! Pass auf die Türme auf! Auf! Rakete im Anflug! Er sucht, den Raum zu falten! Boah, das hab ich mal im Film gesucht! Oh, ich kann gar nicht hinsehen! Wow, das machst du richtig gut! Präparatur! Oh! Hör mal! Was sag ich mir jetzt vorbei? Eigentlich wo die Karte. Wo ist der Reaper-Round? Nein, Reaper-Round! Ich hab's gleich geschafft! Ich hab's gleich geschafft! Ey, ihr Fliegende, Fliegende runtert das! Mission beendet! Wow! Das war einfach! Also, wenn's wirklich so weitergeht... ...und mir nicht wirklich irgendwo festhängt... ...pilot-zertifiziert für Leben eins! ...pilot-zertifiziert für Leben eins! Luigi? Ich mag das Schwein! Was ist wenn das Zeitgefühl hier wirklich anders ist? Luigi könnte schon Millionen Jahre alt sein! Vielleicht ist das hier gar nicht echt... ...sondern eine Art Computersimulation zur kranken... ...durchgeknallten Unterhaltung von Alien-Kids! Was war das? Schhhh! Ruhe, Ed! Bleib ne Minute stehen! Durchatmen! Junior! Komm schnell! Junior! 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 Hiens, Susi! Hilf Susi dabei, sich durch das Slav... ...zurecht zu bewegen... ...Doppelsprung... ...Doppelsprung... ...R-Taste... ...M-Halten... Wir spielen hier Zuzi. Er ist vor 1 in Enden schweben. Hättest du es nicht Flatter nennen können? Das ist doch nur ein Pingi. Früher gab es doch auch schon Animationen. Das ist nur ein Pingi. Ich wundere mich. Ich bin gerade froh, dass ich einen Rechner von 2006 habe. Einfach die Rechner zu machen. Man darf ja nicht vergessen. Das ganze Spiel basiert hier auf dem Film. Man darf es nicht vergessen. Hoffentlich spielen wir noch etwas. Hoffentlich spielen wir noch etwas. Das ist doch gar nicht so. Das ist doch eine Art Kunde. Hier, die Rechner ist. Das ist also ein Pingi. Man darf ja nicht so ein Pingi. Die Rechner sind ja ein Pingi. Wer will das denn? Ich bin relativ nicht so. Ich bin ganz dolles Böger. Ich bin sehr gut und ich bin sehr gut. Eichen! Okay. Warum? Cool! Vor allem, warum kommt Ains auf die... ...auf... ...Panet... ...gut's wie... ...um... ...no um Eicheln! Hier noch was machen? Ah, da drüben geht's auch noch in Gang, also. Was von dem her... Ne? Nur weil die Eicheln... ...gut möglich, dass es auf ihren Heimatlande... ...kack reichen. Kraftfeld haben wir deaktiviert. Und jetzt müssen wir zurück. Laufen hier einmal im Kreis, dass ich... ...käm richtig knapp. ...kürz mal. Ja, alles mal... ...ist bei uns ja auch möglich. Z-Greifen, P-Schießen und Werfen. T-Greifen? T-Greifen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. 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 Schafft. Alter. Jetzt ich und meine Geschwister, die sie gespielt haben, haben halt nicht mehr den ersten Level gepackt. Speichern? Ja. Bitte warten. Verscheuen im Weltall. B wurde gespeichert. Rakete im Anflug. Rakete im Anflug. Du sollst mich an ganz eilig schieben. Oh, ne Karte. Du sollst mich an ganz eilig schieben. Ich weiß, was wollte ich denn jetzt? Ich weiß, was wollte ich denn jetzt? Mission nicht beendet. ...Fuß ich mein species- oder we mientras geасpürst mich. En aber lang warten keine99 Medienden, dasière Colort. Und... Ich sollte diesen 35m oder lasteren abmachen, Entschuldigung entgehen. Ein kleiner Spartes Rapid, sodass diesesbasierende Erfahrung는데 ist er nun ein Gerumd ¡ olsaher Sch committee! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schnell, fire! Schnell, fire! Schnell, fire! Schnell, fire! Aufgefahren. Reparatur. Ja, ich glaub. Mission nicht beendet. Reparatur könnte nicht schaden. Rackete im Antrieb. Schnellfeuer. Mission nicht beendet. Screenshäle, wenn's nicht schuld ist. Rakete! Rakete im Anflug! Ich weiß es nicht. Was ist Gring? Was ist Gring? Das war's. Das war's. Mission nicht beendet. Rakete! Rakete im Anflug! 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 Mission nicht beendet. Rackete im Anflug. Rackete im Anflug. Rackete im Anflug. Mission nicht beendet. Mission nicht beendet. Nochmal. Rackete im Anflug. Rackete im Anflug. Schilder hochgefahren. 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 Mission beendet. Boah. Bitte warten. Spiel wurde gespeichert. Pilot zertifiziert für Level 2. Jaaa! Ja, also, ähm... Tut mir leid. Ist da wer? Luigi? Junior? Ups. Luigi! Wie kriegen wir ihn hier raus? Keine Ahnung. Vielleicht mit einer dieser Tasten? Ja, aber welche? Es muss die blaue sein. Und wenn's doch der rote ist? Die rote ist es nie. Hä? Rot steht für böse, blau für gut. Oh, ja. Wie im Fernsehen. Bei einer Bombe schneidet man nie den roten Draht durch. Er hat recht. Okay. Dann der blaue. Er ist weg! Oh nein! Wir haben ihn umgebracht! Luigi ist tot! Nein! Hä? Die Fluid ist dabei, sich durch den Eingrölen zu bewegen. Taste F! Glück! Muss man die Bewegung... Das haste nicht erklären! Also, weh! So gekruppelt ist... Also, das tut mir jetzt... So, falls jemand schlecht fühlt, ist... So, falls jemand schlecht fühlt, ist... Ich hab mich für die Falsche... Wirklich von dem Gefahrigkeit richtig in den Kopf schmelzen. Ich hab mich für die Gefahrigkeit richtig in den Kopf schmelzen. Das ist jetzt Luigi. Der Fisch heißt Luigi. Lehm jetzt. Oh. Wie controls das! Schön! Hein! Schön! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020